Ich habe diesen Drenn mit meinen Freunden in Roblox gemacht, Part 3. Wie alt bist du? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Was hast du? Was ist dein Lieblingstier? Was ist dein Lieblings-Lied? Labi, mach mir ein Bananen-Bot, egal ob sie gerade ist oder krumm. Was ist dein Lieblings-Fach? Beantwortet ihr die Fragen in den Kommentaren. Like und abonnieren für den nächsten Teil.